Hallo zusammen, schön, dass ihr zuschaut. Wir beim Rock'n'Roll Studio München hatten dieses Wochenende einen super Workshop mit Caro und Peter. Thema war Musiktheorie und sie haben uns gezeigt und erklärt, wie es möglich ist, mit Hilfe des Blues-Schemas und mit Hilfe des Swingschemas es zu schaffen, auf eine unbekannte Musik seine Figuren so ans Ende zu setzen, dass sie auf den Stopp auch zu Ende sind. Das war unheimlich toll und super anschaulich erklärt und wir haben das Gefühl gehabt, wir haben es wirklich alle verstanden. Wir haben es auch probiert und bei den meisten hat es geklappt. Wir brauchen jetzt natürlich noch Übungen, um das etwas zu verselbstständigen, aber es war ein ganz, ein klasse Vormittag. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und nachmittags haben wir Buch oder Bug gelernt, um richtig Spaß zu haben auf moderne Musik, um das Lied & Follow dann auch später im Pukitanzen benutzen zu vernamen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017